Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala den Schleier vor seinem Gesicht enthüllen und von allen Dingen, die ihnen gegeben wurden, wird ihnen nicht so gerne sein, wie der Anblick Allahs des Allmächtigen. Er wird die Leute von Jannah fragen, nachdem sie Jannah betreten haben. Oh ihr Leute von Jannah, habt ihr alles erhalten, was ich euch versprochen habe? Ja, werden sie sagen. Gibt es sonst noch etwas? Nein, werden sie sagen. Nun gibt es noch etwas, das wir euch geben möchten. Und dann wird die Barriere zwischen Allah und ihnen entfernt. Und sie werden ihn zum ersten Mal sehen. Sie werden den Herrn der Welten sehen. Und das wird das größte Geschenk für die Mu'minun in Jannah sein. Allah zu sehen, insha'Allah. Stellt euch vor, wenn ihr eine sehr schöne Person seht, es ist schwierig, den Blick von ihr zu nehmen. Du senkst deinen Blick, aber es fällt dir schwer, weil sie außergewöhnlich schön ist. Du hast noch nie in deinem Leben jemanden von dieser Schönheit gesehen. Auch beim Anblick schöner Dinge gucken wir ein zweites und drittes Mal hin. Weil wir von der Schönheit fasziniert sind. Aber die schönsten Kunstwerke sind nichts im Vergleich zum Schöpfer des Universums und aller schönen Dinge darin. Du wirst den Schöpfer all dieser Schönheiten sehen. Wer hat dich erschaffen? Deine Augen, deine Zähne, deine Grübchen. Wir möchten ihn treffen und wir werden ihn treffen. Und das ist das schönste Geschenk, das man jemals bekommen kann. Und es wird alles andere in den Schatten stellen. Wir werden glücklich sein. Wenn du einem Kind ein Geschenk machst, sagt das Kind, ich bin glücklich, ich bin sehr glücklich. Und du überhäufst das Kind mit Geschenken. Was wird das Kind sagen? Ich habe einen Haufen voller Geschenke. So sind nun mal die Menschen. Aber die Geschenke dieser Welt sind nur eine Kleinigkeit. Sie sind endlich. Doch Allah subhanahu wa ta'ala ist unendlich. Ohne ein Ende. Du triffst auf Allah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns damit segnen. Wie im Hadith, oh Allah segne uns mit der Süße deines Anblicks. Das bedeutet, dass der Anblick Allahs wie eine Süße für die Augen ist. Wenn du denkst, dass manche Dinge schön sind und sie dem Auge gefallen, senke deine Blicke, mein Bruder, meine Schwester. Du wirst den Schöpfer all dieser Schönheiten sehen. Sein Anblick ist, was dem Auge wirklich gefallen wird. Ja. Du wirst den Schöpfer, denkst du, drei Minuten.